weiter geht's was zum tuffel ist denn oh was zum tuffel ist das denn ok da war mich jetzt keine sauge war ich will mir jetzt einen kommentar verkneifen ich meine was das game was nicht meinen tod angeht sondern zu ja ich sag mal zu ich sag besser nichts das überlasse ich hol falls du das gucken solltest hol ich überlasse dir das ok jetzt muss ich bis dahin zurück latschen ganz große klasse das finde ich ja so sozial so jetzt wieder ganz von vorne supi und dann noch dieses eine monster wieder totmachen kein bock ganz ehrlich ich meine ich habe hat ja gesehen wie lange ich für dieses viel gebraucht habe hallo hallo ha ha du bist tot nein scheiße manu ich wollte speichern verdammter wichser hallo hallo habe ich nicht so viel an nicht so lange gebraucht hallo halt dich mal fest hallo du sollst nicht fest halten Doof, Deska. Okay. Jetzt wieder zurück zu dir. Wie soll ich dich tot machen? Aha! Aua! Aua! Doof! Hä? Wie eurer Meinung nach soll ich das machen? Hm, verfickt nochmal! Ganz ehrlich, wie soll ich diesen Wichser besiegen? Dieses komische Monster-Ding. Ach, meine Fresse. Was ist denn das hier für eine Welt? Als ich mehrere Versuche brauche... Ist das schon der erste Boss? Meine Fresse, ist das peinlich. So viele Versuche für einen einzigen Boss zu dem für den allerersten Scheiße nochmal. Toe sterben. Geht's mir auf den Sack. Leiter, 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 Leiter. Ich geh die Treppe rauf, ich geh die Treppe rauf. Und wieder die Container-Missiles. Gut. Hallo! Du sterben! Du sterben! Oder auch nichts. You know what? Screw you! Speicherpunkt am besten. Erst mal. Ja, speichern. Tu mir speichern, bitte. 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 Du sterben. Meine Fresse! Du kannst auch nur nerven. Hallo! Blödes Vieh. Du kannst noch sterben. Wuhu! Wohl auf meine Zeit! Das muss abgespeichert werden. So, jetzt will ich endlich mal eine... Danke, du Hohenbock! Das sind ja wieder tolle Aussichten. Hallo. Wie lange... Hallo, Mädchen. Du, springen! So, jetzt wieder zu dir. So, jetzt wieder zu dir. So, jetzt wieder zu dir. Oh, ah. Woohoo! Autsch! Äh, keine Missles, das finde ich so doof. Ganz ehrlich, das finde ich doof. Ja, jetzt bin ich wieder da. Boah, wie oft soll ich eigentlich noch failen? Doof, Deska. So. Na komm. Hallo, Mädchen. Tu mal... Ganz ehrlich, was soll das eigentlich immer mit... Ja. So. Jetzt muss es aber mal gelingen. Boah, ja klar. Das war jetzt auch mehr als unfair. Boah. Boah. Oh come on, stirb endlich, du. Scheiß Vieh. Woohoo! Oh. Oh. Super, keine Missles mehr. Wie zum Teufel nochmal soll ich das machen? Menschens Kind. Duftdesker. Ah, schwules Teil. Meine Güte, es ist ja zum Kotzen. Kurze Pause, dann geht's weiter, Sailguys.